Hallo, wenn ihr auf der Büchsenstraße unterwegs seid, müsst ihr unbedingt beim Haus hoch hinaus vorbeikommen. Ein riesiges Puppenhaus aus Kartons, das geistliche Erlebnisräume symbolisiert. Und da gibt es auch eine tolle Broschüre, die könnt ihr dann eins zu eins die Ideen hinterher umsetzen in eurem Jugendkreis, zu Hause oder wo auch immer. Außerdem gibt es zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr Crash Jugo, ein Jugendgottesdienst sozusagen zusammengecrasht auf sieben Minuten, müsst ihr gesehen haben.